Hallo, mein Name ist Daniel Keita-Ruel, ich spiele bei Greuther Fürth, habe die Nummer 10, bin Mittelstürmer. Meine Mutter kommt aus Korsika und mein Vater aus Senegal. Ich werde die Geschichte von der Bundesliga verlassen. Ich hab die Geschichte von der Mannschaft in meinem Leben. Ich habe sie schon überlebt. Mein Vater ist ein Sänegaler, denn mein Vater ist ein Sänegaler, seine Mutter ist ein Französischer. Die Geschichte ist ganz schön. Ich habe die Geschichte von meinem Vater und der Mann ist ein Korser in der France, der auch in Italien und der Mann ist sehr schön. Das war die Geschichte, die ich ganz schön erzähle, die Geschichte ist. Ich habe die Geschichte sehr viel erlebt. Ich habe mich über die deutschen Sprecher und ich habe mich über die ganze Zeit gemacht. Ich habe mir gesagt, dass ich einen deutschen Sprecher habe. Ich habe mir gesagt, dass ich einen deutschen Sprecher habe, was ich habe mir einen kleinen Sprecher gemacht. Ich habe mir gesagt, dass ich die Geschichte erzähle, die ich in der Geschichte erzähle, Ich habe die Geschichte aufgeführt und die die Menschen in Deutschland. Ich habe die Freundin in Deutschland gesehen, Wie ich sage, war ich in Deutschland, zu einem anderen Tag, und ich bin in Deutschland, die ich bin in Deutschland, und ich bin in Deutschland. Ich bin in Deutschland, weil ich bin in Deutschland, Als ich in Deutschland bin, bin ich in der Allemagne, wo ich in der Allemagne bin, wie in der Pekin-Nümen, in der Allemagne bin. Jetzt ist es ein Foto. Als ich in der Allemagne bin, bin ich in der Allemagne bin. Ich bin ein Foto, aber ich bin ein Foto. Ich habe viele von meinen Eltern gehört, dass sie die Befehl-Football-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team. Ich bin immer noch im Allemann, ich bin immer mehr Befehl im Football-Team. Ich habe gesagt, ich habe auch immer noch einiges Video gemacht. Ich habe über die Leute, die sich immer noch in den Spiel zu wissen, dass sie diese Spiel-Sport noch weiter dazu bekommen. und ich habe es nicht so viele Fortschritte gemacht. Wir wissen, dass sie das Leben an. Ich habe mich über 12 oder 13 Jahre alt gemacht, und ich habe versucht, die wir zu machen. Ich habe versucht, die wir nicht mehr so gewollt haben. Ich habe mich über die Fortschritte in der ersten Ecke gemacht. Ich habe mir die Geschichte von Ibrahimovic, wie ich in Arsenal habe, und ich habe die Ecke gemacht. Ich habe mir die Ecke gemacht. Ich habe mir die Fortschritte gemacht. Die Erleuchtung ist eine große Herausforderung. Er ist ein großes Gefühl, eine große Herausforderung, unsere Geschwisterung, die wir auch in den Augen sehen. Das war er, was wir uns an alles zu tun. Ich weiß noch, dass wir uns sehr unsere Jugendlichen wissen, weil wir uns nicht so schön sagen. Wir wissen, dass ihr eigenes Leben ist. Wir wissen, dass ihr das Leben in ihrem Leben ist. Aber wir wissen, dass ihr Leben einen Schaaf ist. Wir wissen, dass ihr Leben und ihr Leben mögt. Wir wissen, dass ihr Leben und ihr Leben nicht mögt. Das war auch der Tag der Stagia. Aber er hat sich immer wieder zu beherrschen. Er hat sich immer wieder an den Bergstern. Als ich immer noch ein Mal habe, kann man hierher kommen. Das war das Ziel. Das ist nicht so, ich habe mich zurückgelegt. In diesem Mal war ich die Stadt, wie ich immer noch zum Mal habe, weil ich vieles zu tun, es nicht so viel zu tun. Es war ja deshalb ein L �bibes an. Der Wir haben ein Problem für die Europäische Partei. Es ist das ein Problem auf dem Europäische Partei. Denn es hat auch einen Körper erlebt. Wir haben uns das auch Coincen. Das war es das Mal mit einem Himmel. Man hat einen Teil von der Europäische Partei. Sie können in den kleinen Kursky spielen, wie sie in der Bundesliga 1 und 2. Sie können sie als CFA spielen, um sie zu sehen, um sie zu sehen. Sie können sie sehen. Sie können sie sehen. Sie haben einen Antrag. Sie haben eine Fristuration. Sie können sie mit 17 Jahren beginnen. Sie sind sehr stolz. Sie können sie mit ihnen befreundet. Das war es heute, weil man die Likeshäuser und die Verstärker sind am meisten. Die Leute und die meistenen haben vorhanden Wir sind im Hintergrund von Coimbert. Ich habe auch einen Zeitpunkt nur in einem Spiel. Wir können noch mehr zurückgehen. Ich kann die Leute nicht mehr überwindenken. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich habe es zu tun. Ich habe es zu tun, dass ich die Leute nicht mehr überwinden kann. Ich habe es zu tun. Ich habe es zu tun. Wenn ihr ihr mit ihr habt, ihr könnt ihr mit ihr. Er war immer noch ein paar Jahre alt. Als ich das mache, kann ich das alles einfach machen. Als ich das mache, kann ich das alles machen. Das war das, der Policier ist, die die jäuble, als als das der Jönste die Leute. Er hat einen kleinen Kuchens, der sich 1 Millionen mit ihm anzuerde. Aber sie haben einen Appel, als sie eine Kinder haben. Aber die Allemagne sind dabei zehn Jahre lang und zehn Jahre alt. Das ist die Ausnahme von 5 Jahren. Wir haben 5 Jahre in der Branche, die wir hier in der Branche sind. Wir haben schon gesehen, dass die Ralf-Football-Archner-Football gewonnen hat. Aber das ist ja auch wirklich? Das ist eine Bundesliga-Archnerin. Das ist das auch, die Allemagne in der Branche. Das ist sie, wie sie in der Branche sind. Wenn man sich die Gedanken-vertretungen, die sich nicht leicht zu entdeckten, oder es sich nicht mehr zu beherrschte, dann wird man sich damit ein bisschen zu retten, aber das ist das alles, was man im Klopps-vertretend auf der Prost, wenn ich die Jason so gerne, dann wird der Klopps-vertretende ein bisschen sein. Wenn man eine Lippe-vertretende ist, dann wird man bei einem anderen Vorgang und dann wird man die Menschen als Prisik-vertretende, dann wird man ein bisschen mehr verraten. Was man das denn am Tag, hat es sich nicht mehr so lange zu verraten. Das war für mich nicht nur von der Zeit. Hierzu habe ich mich schon gefragt, dass ich die Möglichkeit hatte, dass ich die Möglichkeit habe. Aber ich habe mir noch nie gesagt, dass ich die Böde bin. Das war schon fast. Ich wollte nicht mehr, dass ich die Böde bin. Ich wollte mich nicht sagen, dass ich die Böde bin. Ich sage Ihnen, dass ich es schwierig war. Aber ich habe mit mir ein paar Foto-Böde zu haben. Ich habe hier 4 Jahre lang in der Briegegege, die drei Jahre lang in der Briegegege sind. Das erste Jahr in der Allemagne war die Briegegege am Tag zu einer anderen Team. Das erste Jahr in der Allemagne war, dass die erste Einsteil in der Allemagne war. Ich habe noch eine Geschichte. Ich habe eine Geschichte, sie wissen, dass sie eine Prision gibt. Wenn wir eine Familie wissen, dass sie dort auch die Kirchner-Khalie unterbauen, werden sie auch in der Schule gehen, inchallallem, dass sie die Kirchner bekommen. Ich habe sie zu tun, dass sie die Francho-Sennigalaise sein können. Ich habe mich, dass sie die Familie von Sénégalien-Komplikation hat. Ich habe es mir ein biografer. Ich habe es mir, dass ich die Kirchner-Komplikation habe. Denn ich habe auch eine große Geschichte, dass sie sich ein 20er Jahre alt haben. Ich habe einen guten Vorschlag für mich zur Bundesliga. Ich habe mich nicht mehr gefühlt, ich habe mich nicht mehr gefühlt. Ich habe mich nicht mehr gefühlt, ich werde mich nicht mehr gefühlt. Wenn ihr euch in die Kommentare habt, dann schreibt es uns in die Kommentare. Vielen Dank für die Kommentare.